Jo meine lieben Freunde was geht ab? Willkommen hier mal wieder zurück zu diesem neuen Video Wow Blocks. So dann bauen wir erstmal Wände, Wände, nochmal Wände. Na nein das geht nicht. Wow nice perfekt. Und zwar hier versuchen wir heute einen Tycoon aufzubauen. Man sieht nicht wie viel Geld man hat deswegen wird das etwas schwer. Diese 1000 Dollar perfekt habe ich. 50.000 Dollar. Jetzt wird alles ein bisschen teurer gemacht. Wir haben hier so Produzierer, solche Maschinen. Wir brauchen fünftes. Wir sind Freddy so bei Five Nights at Freddy's. Und dann ja. So so perfekt. Dann haben wir hier das Geld hoffentlich zu. Nein haben wir wahrscheinlich nicht. Was ich mir gedacht habe. Oh. Können wir das Teppich kaufen. Ja nice. Ähm. Also ich würde sagen warten wir mal ganz kurz. Vielleicht können wir uns ja schon diese Getränkeautomat dort kaufen. Ne. Und vielleicht zum Lifefloor zu. Ne. Können wir uns diesen Getränkeautomat kaufen? Ne. Nein. Können wir auch nicht. Na gut. Den Dropper 5 können wir uns auch noch nicht kaufen. So. Warten wir mal ein bisschen. Na ja gut. Wo sieht man hier. Wo sieht man hier das Geld? Da wo? Das ist recht dort hinten eigentlich der erfahrenste. Wir brauchen 5.000 Dollar und ich weiß nicht wie viel wir haben. Steht es hier. Nein. Steht es hier. Nein. Steht wie viel Geld wir haben. Hier doch. Noch. Nope. Hier steht es nicht. Kills Null nur. Deswegen. Ich glaube jetzt haben wir genug Geld für diesen scheiß Drecks. Joppa. Immer rein. Sehr gut. Okay. Der will sich mit uns anlegen. Komm her. Du Pisser. Scheiße. Das ist mein Aufnahmeteil. Hu. Ha. Hu. Ha. Hu. 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 Ich mach ihn fertig Freunde. Seht ihr das? Zack. 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 Bam. Dann haben wir gekillt. Oh. Bam. Dann haben wir super gekillt. Freunde. Dann haben wir jetzt erster Kill für heute Freunde. Uh. Der Kill kommt. Der Kill kommt. Aber kommt sie nicht rein. Oh. Denkst du kommt sie rein, ne? Tsss. Sorry Bro. Kommst du nicht? Boom. Nächster Chopper ist... Die ist da. Jetzt greif ich auch wenn ich vorne. Was ich mal finde? Hallo. Komm her. Komm her. Ich will dir nichts. Safe, ich treffe ihn, wenn er jetzt herkommt. Na, guten Tag. Okay, der kommt raus. Okay, der kommt raus. Okay, ja, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Richtig guter Treffer. Ja, das ist perfekt. Nein, er hat mich bekommen. Scheiße, er hat mich bekommen, er hat ein Rachequill bekommen. Egal, 4000 Dollar haben sie schon angespart, da würde ich mir gerne das hier kaufen. Da würde ich mir gerne das hier kaufen. Halt nicht. Jetzt haben wir die ersten Stühle. So. Und jetzt haben wir die ersten Stühle gekauft. Also es wird mehr Roblox-Videos geben. Wenn ihr ein Like da lasst. Okay. Ich hoffe, die Dropper bringen auch was. Ui, ich bin so ein Paket. Durchgekommen. So. Jetzt warte mal ganz kurz. Ich melde mich wieder für eine 10.000. So, dann melde ich mich wieder. Und da haben wir es fast geschafft. Da sind wir bei 9.000. Wir sind schon. Und da sind wir bei 10.000. Und dann kommen wir uns in den nächsten Dropper. Um noch reicher zu werden. Um noch reicher zu kriegen. Bam. Da haben wir. Jetzt müssen wir das falsches anklicken. Denen. Nächster. Da können wir eh nicht verlaufen. Da haben wir jetzt die nächsten Dropper. Schaut mal high. Einfach mal so ausfahren. High. Ja. Nächste Dropper kostet um 20.000. Jetzt gehen wir dann direkt hier in den hier rein. So. In Deutsch. Ich habe jetzt in Deutsch. Wie sie aktivieren sie. No. Okay. Wir haben da wahrscheinlich auch nicht das Geld zusammen. Für die 9.000. Ah. Ah. Okay. Perfekt. Dann haben wir. Müssen wir die Treppe nach oben bauen. Oder würde ich sagen. Dann wollen wir dann auch diese Tables kaufen. Den brauchen wir auch noch. Deswegen heißt es. Warte ab. Geht es. Weiter. Bis gleich. Ich mache das jetzt kurz alleine. Bis ganz fertig ist. Also nicht ganz fertig ist. Sondern bis. Warte ab. Dann bis gleich. Ja Freunde. Da hat Roblox den Geist aufgegeben. Und. Ja. Das war jetzt ein bisschen hart. Ich mache noch das hier. Das hier ist working our pizza. Ja. Pizzabrenner. So pleasant. Pizzabrenner. So play. So play. und warten Nächster Pizzacord So Tolle An den nächsten Scheiße, das war falsch So 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 Mh So 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 ist 90 boxes haben wir noch guten tag ist ja das ist nicht so schwer aber ich weiß nicht dass man kann es gestartet auf die neue box oder besser sagt auf die neue pizza kann die da besser sein wenn ich der einzigste bin fast der einzigste auslieferern wir genug und break manager haben alles dankeschön cashout 30 dollar haben wir bekommen das arbeiten das gute die kassierer arbeiten nicht und dankeschön das scheiß jetzt warten wir auf eine neue pizza kommt mal eine pizza also kommt eine pizza teuer der scheiß weg ist eigentlich ist es meine arbeit aber im schweiß was bringt mein mann man mal Vielen Dank. Vielen Dank.